Es war wirklich eine ganz andere Stunde als jede Stunde, die ich sonst Yoga gemacht habe. Und es hat mich nachhaltig so berührt und inspiriert, dass für mich die Entscheidung ganz klar war, hier und mit Timo möchte ich gerne die Yoga-Ausbildung machen. Und da hat ein Timo gesessen und eine Manu und die haben mir so vom Herzen geredet, dass ich direkt wusste, wow, das ist ein ganz toller Ort, wo ich hier gelandet bin. Ich habe so etwas vorher noch nicht so erlebt. Das war, ich bin da raus wie auf Wolken. Diese Ausbildung war das beste Geschenk, was ich mir jemals selbst gemacht habe. Die wichtigste Erfahrung war, ich muss nicht gelenkig oder hypergelenkig sein, um auf die Matte zu gehen. Ich muss einfach nur ich sein. Sie hat alles mitgebracht, was es brauchte, um es wirklich eine gänzliche Ausbildung zu sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!